Droht Loredana etwa die Abschiebung aus der Schweiz? Vor circa einem Jahr kam der große Vorwurf, die Rapperin soll von Petra 700.000 Franken abgezogen haben. Anfangs hatte sie sich dazu gar nicht geäußert. Mittlerweile sind einige Details bekannt. Es wird gegen die Rapperin ermittelt. Doch wie geht es jetzt weiter? Es könnte womöglich so ähnlich wie bei dem Rapper Besko ausgehen. Er hatte sich nämlich in der Schweiz strafbar gemacht und wurde nach seiner Haftstrafe direkt aus dem Land verwiesen. Sollte die Rapperin diesmal auch verurteilt werden, droht ihr dasselbe Schicksal. Dran für euch! Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, dann abonniert doch einfach Check This Lab und aktiviert das Glöckchen oben. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr zu der Geschichte steht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video!